Hallo und willkommen in unserem Kurs Photoshop 1x1, in dem du lernst, was Photoshop alles kann und wie du es schaffst, diese Software für die Umsetzung deiner Vorstellungen zu verwenden. Mein Name ist Matthias, ich bin Fotograf aus Mannheim und verwende Photoshop selbst schon seit 2010. Ich habe mir damals die Arbeit mit Photoshop selbst beigebracht und hätte mir selbst so einen Kurs wie diesen hier gewünscht. Wenn du also deine Fotografie, deine Bilder, dein Design auf ein neues Level heben möchtest oder einfach mal die Arbeit mit Photoshop lernen willst und was damit alles möglich ist, dann bist du hier genau richtig. Egal ob Retusche, Composing, Freistellen, Text, Design, Bildstile, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir werden uns gemeinsam dieser Software widmen, diesem Bildbearbeitungsprogramm und ich erkläre dir genau die Funktionsweise von allen Filtern, Werkzeugen und Ebenen. Anschließend sehen wir uns im praktischen Part, in dem ich dir genau zeige, wie ich meine Bilder bearbeite. Du kannst mir direkt über die Schulter schauen und lernst alle meine Tipps, Tricks und Kniffe, die ich in der Bildbearbeitung verwende. Wir haben den Kurs so gestaltet, dass er sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet ist. Der Kurs teilt sich in einen praktischen, einen theoretischen Part, was dir die Möglichkeit gibt, passend zu deinem Wissensstand genau das zu lernen, was du benötigst. Du lernst also entweder ein neues Werkzeug kennen, einen neuen Filter kennen, den du vorher noch nie verwendet hast oder du schaust dir einfach mal an, wie man eine professionelle Retusche in Photoshop durchführt. Also egal, ob du mit Photoshop gerade angefangen hast oder jetzt richtig durchstarten willst, du bist hier auf jeden Fall genau richtig. Begleite mich also in über 10 Stunden Videomaterial, schau mal über die Schulter und ich zeige dir, wie professionelle Photoshop-Arbeiten entstehen. Also, willkommen bei Photoshop 1x1 und wir sehen uns gleich im Videokurs.